Das Überwinden von Grenzen. Seit jeher ein Menschheitstraum. Oft nur ein kleiner Schritt für einen Einzelnen und doch das Ergebnis jahrelanger Planungen und Vorbereitungen vieler. Ist eine Grenze erst überwunden, warten schon die nächsten Herausforderungen. Grenzen überwinden, das heißt Geschwindigkeitsrekorde zu brechen. Neue Formen der Energiegewinnung zu erschließen. Flugzeuge zu bauen, so groß und leistungsfähig wie kein anderes. Bauwerke zu errichten, die unser Leben verändern. Und Bauwerke zu bewahren, um die Zeiten zu überstehen. Grenzen überwinden, Fortschritt ermöglichen. Dafür benötigen Sie Messdaten, denen Sie vertrauen können. Daten, die Sie bei jedem Schritt Ihrer technologischen Pionierleistungen begleiten und Ihnen Sicherheit geben. Grenzen überwinden mit HBM, mit Messdaten, die so genau sind, dass wir selbst physikalische Grenzen erreichen. Zum Beispiel mit DMP, dem genauesten Messverstärker der Welt. Weltweit verwendet von staatlichen meteorologischen Instituten, die messtechnische Standards setzen. Präziser geht es nicht. Grenzen gilt es auch in Zukunft zu überwinden. Und so ungewiss die Herausforderungen unserer Zeit sind, sichere Messdaten von HBM begleiten Sie heute und in Zukunft. Auf Ihrem Weg neue technologische Meisterleistungen zu erreichen. HBM Messergebnisse, denen Sie vertrauen können. sind WERDE moon TWEET wernen Disney design